Godohikasana ist die Melkstellung. Godohika bedeutet das Melken einer Kuh. Und obgleich ich Veganer bin und keine Milchprodukte zu mir nehme, kann man trotzdem Stellungen machen, so ähnlich wie man ja auch Heldenstellungen und Kriegerstellungen einnehmen kann. Godohikasana gehört zu den Gleichgewichtsstellungen. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier hebe die Fersen hoch. Du sitzt auf den Fersen und du stehst auf den Zehenspitzen. Dann hebe die Arme etwas hoch, gib die Ellbogen etwa 90 Grad. Die Ellbogen sind neben deinem Körper. Und dann mache sanft Fäuste die Daumen innen. Und das wäre jetzt theoretisch die Stellung, in der du eine Kuh melken kannst. Du kannst aber stattdessen einfach ruhig stehen und die Augen schließen und dich verbinden mit der göttlichen Mutter. ..und mit der Sch vertellen kann ja auch her quanto nicht. ... Vielen Dank.